Die Lehre ist ein toller Einstieg in die Berufswelt. Auch im Magistrat werden Lehrlinge ausgebildet und wir haben sie in den Abteilungen Stadtgarten, IT und Vermessung besucht. Ich bin Angelus Stromberger, ich mache meine Lehre im Stadtgartenamt. Hallo, ich bin der Tobias Krumpel, ich bin der neue Lehrling von der IT. Mein Name ist Ronja Greger und ich mache Lehre als Vermessungs- und Geinformationstechniker im Magistrat Klagenfurt. Also ich bin Viktoria Faltes und ich arbeite da beim Stadtgarten Klagenfurt. Grüß euch, ich bin der Franz Lukas, ich mache da zur Zeit die Lehre oder die Ausbildung zum Vermessungstechniker. Ich habe mich für die Lehre deswegen entschieden, weil ich einfach wahnsinnig gern mit Pflanzen arbeite. Und ich mache eben die Lehre als Gartenfacharbeiter da und bin eben die meiste Zeit im Gewächshaus drinnen. Und wir beschäftigen uns mit der Aufzucht eben von Jungpflanzen. Ich mag einfach in der Natur zu arbeiten, dieses Pflastern, Bäume setzen und das alles. Das gefällt mir einfach. Draußen ist einfach schön, bis immer draußen ist der frische Luft. Eine zu unserer Aufgaben gehören eben die Jungpflanzenaufzuchte, was eben nachher in Klagenfurt eben im Frühjahr oder im Herbst eben gesetzt werden in der Stadt. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man durch die Stadt geht, zu wissen, ja, damit habe ich mitgeholfen, die Pflanzen eben zu setzen oder eben bei der Aufzucht mitzuhelfen. Ich habe mich für die Informationstechnologie entschieden, weil ich ziemlich ein Technik-Nerd bin, um es gut zu sagen. Ich habe schon damals, also ich war schon in der Volksschule seit Technik begeistert. Ja, mein Arbeitsalltag besteht eigentlich daraus, dass ich eben im Unternehmen mache, was so anfällt eigentlich. Gelegentlich schraube ich ein bisschen an den Notebooks um, gelegentlich gehe ich Kabel verlegen, Kabel umstecken, gelegentlich gehe ich Rucker installieren. Das Interessanteste in der IT, es wird nie langweilig. Man sieht jeden Tag was Neues, es passiert jeden Tag was Neues, es treten immer neue Fehler auf. Die IT ist eben ein Bereich, der sich eben sehr stark weiterentwickelt. Das ist für mich eigentlich so das Interessanteste, dass es immer eine stetige Entwicklung gibt, denn je langweilig werde ich in dem Beruf. Ich habe mich für den Lehrberuf Geoinformationstechniker beim Magistrat entschieden, weil es mir persönlich sehr wichtig war, in einer Abteilung zu arbeiten, wo sehr innovativ gearbeitet wird und modernste Technik verwendet wird. Die Lehre ist insofern cool, weil es sehr abwechslungsreich zwischen Innendienst und Außendienst ist. Also wir zeichnen im Büro die Pläne und vermessen dort Baustellen oder Grundstücke im Außendienst. Wenn auch du Lust auf eine Lehre hast, dann ergreif die Chance. Fachkräfte werden immer benötigt.